Der nächste Satz, der ist etwas irreführend, wenn man den Titel wörtlich übersetzt Halbesel hört. Eseln sind ja für uns nicht unbedingt die schnellsten Tiere. Gemeint aber mit diesen Halbeseln aus der Suite sind jetzt Steppentiere, die besonders in der asiatischen Steppe vorkommen. Die sind gar zellenähnlich oder zebraähnlich, also Fluchttiere. Ja, und apropos Flucht, wenn man die rasenden Läufe, die die Klavierspieler hier zu absolvieren haben, über vier Oktaven gehen sie. Ja, wenn man die so ruhige übten Klavierspielern vorlegen würde, das würde auch zu einem gewissen Fluchtverhalten führen. Aber dazu haben wir ja heute Gott sei Dank Profis eingeladen, die meistern diese mit Bravore. Ja, und das würde auch zu einem gewissen Fluchtverhalten sein. Ja, und das würde auch zu einem gewissen Fluchtverhalten sein.